Hallo zusammen, wir sind hier beim Löschzug 5 aus Konchanz im Ortsteil Dingelsdorf. Wir sehen hier die drei dort stationierten Fahrzeuge. Ganz hinten auf dem Anhänger befindet sich das kleine Mehrzweckboot mit dem Funkrufnamen 49-4. Es dient für den Einsatz bei kleineren Hilfeleistungseinsätzen oder Menschenrettung auf dem Bodensee als zusätzliches Rettungsmittel. Mitgeführt wird im Boot ein Teil der zusätzlichen persönlichen Schutzausrüstung und das Rettungsbrett, mit dem die Personen aus dem Wasser einfacher in das Boot befördert werden können. Als Zugfahrzeug für das Mehrzweckboot und zur Beförderung von Personal sehen wir den Mannschaftstransportwagen oder kurz MTW mit dem Funkrufnamen 519. An kleinen bis mittleren Einsatzstellen dient dieses Fahrzeug als Einsatzleitfahrzeug zur Funkverbindung mit der Einsatzzentrale und befördert ansonsten noch zusätzliche Verkehrssicherungsgerät mit. Kommen wir nun zum wichtigsten Fahrzeug, dem LF86 mit dem Funkrufnamen 542, wie ihr auch schon in der linken unteren Ecke der Windschutzscheibe sehen könnt. LF86 steht für Löschgruppenfahrzeug mit einer Nennpumpenleistung von 800 Liter pro Minute mit einem Wassertank, der 600 Liter umfasst. Das Besondere an dem Fahrzeug ist die sehr niedrige Bauweise und die fehlende Dachbeladung. Hintergrund dafür für diese Spezialausführung ist die sehr niedrige Raumhöhe in unserem Feuerwehrgerätehaus. Werfen wir nun einen Blick hinein. Ganz vorne links natürlich der Platz des Maschinisten, der das Fahrzeug fährt, die Einbaupumpe bedient und bei der Entnahme von Gerätschaften unterstützt. Daneben befindet sich der Platz des Gruppenführers, der die Verantwortung für das Personal und das Material hat und dementsprechend den Ablauf des Einsatzes bestimmt. Zwischen den beiden befinden sich Geräte zur Verkehrssicherung, die 2-Meter-Funkgeräte für die erweiterte persönliche Schutzausrüstung eines Trupps als auch die PA-Überwachungstafel, auf der die Informationen für die eingesetzten Angriffs- und Sicherungstrupps mit Pressluftatmern gesammelt werden. Am oberen Rand sehen wir noch ein 4-Meter-Funkgerät für die Verbindung mit der Einsatzzentrale und zu anderen Feuerwehrfahrzeugen. Direkt hinter dem Maschinisten und dem Gruppenführer befinden sich die Plätze für den Angriffs-Trupp, ganz leicht an den Pressluftatmergeräten zu erkennen. Sie werden hier in sogenannten Schnellausrüsterplätzen aufbewahrt, damit sich der Angriffs-Trupp noch auf der Fahrt zur Einsatzstelle ausrüsten kann. Links und rechts zu sehen sind die PA-Masken, Feuerwehrrettungslein und Handlampen für den Angriffs-Trupp untergebracht. In der Mitte befindet sich der Platz des Melders und hinter ihm ein kleiner Kasten, in dem Rettungshaube, Gurtmesser und andere Kleinigkeiten verstaut sind. Auf der rechten Wildseite erkennt man noch vier weitere Plätze. Hier sitzen außen Wassertrupp und innen der Schlauch-Trupp. Unter der Dreiersitzbank befindet sich ein Stauraum für diverse Werkzeuge wie Sägen, Spaten und Brecheisen. Bei der Tragetasche handelt es sich um Ausrüstung für den möglichen PA-Rettungstrupp, der zur Sicherung eines eingesetzten Angriffs-Trupp mit Pressluftatmern benötigt wird. In dem Holzkasten befindet sich das Werkzeug, das bei einem möglichen Schornsteinbrand zum Einsatz kommen kann. Auch unter der Viererbank ist natürlich noch ein Stauraum versteckt. Hier finden wir Absperrband, einen Erste-Hilfe-Kasten, einen Werkzeugkasten für Elektrikerwerkzeug und im vorderen Bereich einen Metallkoffer mit Drahtseilen. Des Weiteren versteckt sich hier noch eine Rettungsdecke und ein Wagenheber. Und nun nach draußen zu dem Geräteraum 1 und 3 auf der Fahrerseite. Im vorderen Geräteraum 1 befindet sich in der oberen Lage von links eine Rettungstrage, eine Feuerwehraxt und fast nicht zu sehen eine normale Axt und ein Werkzeugkoffer mit ganz normalem Werkzeug. Darunter sind die Schlauchbrücken. Sie werden benötigt, wenn wir gezwungen sind, unsere Schläuche zum Beispiel über eine Straße zu legen, auf der noch Autos fahren. Damit wird ein Überqueren ermöglicht, ohne dass die Fahrzeuge oder der Schlauch Schaden nehmen müssen. In der nächsten Etage sehen wir hier in gelb das Schlauchtragepaket, das einem Angriffstrupp das schnelle und ordentliche Bereitlegen von genügend Schlauchmaterial innerhalb eines Gebäudes noch vor dem eigentlichen Brandraum ermöglicht. Daneben befindet sich das Strahlrohr und der Ober-Unterflurhydrantenschlüssel, der zur Wasserentnahme aus dem Hydranten benötigt werden, die sich im Allgemeinen für die zivile Bevölkerung unsichtbar in der Straße verstecken. Etwas schlecht zu erkennen, sind in diesem Fach ganz rechts noch ein paar Dunghaken untergebracht, die bei Heuenbränden zum Verteilen des Brandguts benutzt werden können. In dem grauen Kasten in der nächsten Etage befindet sich Ölbindemittel und daneben die gesamte Ausrüstung, um eine Kettensäge zum Einsatz zu bringen. Dazu gehört natürlich wie immer die jeweilige erweiterte Schutzausrüstung wie Schnittschlusshose und ein Helm mit Visier. Ganz unten befinden sich drei C-Tragekörbe, die grundsätzlich einem Feuermann ermöglichen, sehr schnell viel Schlauchmaterial zum Einsatz zu bringen. Im Geräteraum 3 auf der Fahrerseite befindet sich oben links das Fach für Schaufel, Besen und Feuerpatschen. Diese werden zur Brandbekämpfung von Flächenbränden verwendet. Daneben sind die Fächer für Rollschläuche der Größe C und B. Unten links befindet sich in gelb vier Reserveflaschen für PA-Geräte, rechts im auffälligen Rot der Standardpulverlöscher. Davor sind Reduzierstücke, Kupplungsschlüssel, das Hohlstrahlrohr und ganz wichtig der Verteiler verstaut. Im rechten unteren Bereich vom Geräte Raum 3 befindet sich die PA-Geräte für den einen zweiten Angriffstrupp oder Rettungstrupp. Die zugehörigen Maskenbehälter befinden sich daneben. Leicht versteckt in orange und weiß die Verkehrsleitkegel zur Absicherung der Einsatzstelle. Im hinteren Geräteraum befindet sich, wie bereits angesprochen, die Einbaupumpe, die nur von ausgebildeten Maschinisten bedient werden darf. Darüber wird der Saug- und der Saugschutzkorb für die Entnahme aus offenen Gewässern oder einfach gesagt aus Bächen, Flüssen, Teichen und Seen bereit gehalten. Daneben befindet sich das Sammelstück oder auch Hose genannt. Es wird an der Einbaupumpe angebracht, um bis zu zwei B-Zuleitungen, die von einem Hydranten kommen, anschließen zu können. Ganz rechts nochmal Kupplungsschlüssel und Reduzierstücke, zwei Arbeitsleine und ein 5 Meter B-Schlauch. Der Einreißhaken versteckt sich in dieser Aufnahme direkt über dem 5 Meter B-Schlauch hinter dem Klettband. Ganz oben in diesem Geräteraum ist ganz ungewöhnlich für Feuerwehrfahrzeuge die Steckleiter verlastet, was an der niedrigen Bauhöhe des Gerätehauses nur so möglich ist. Kommen wir nun zur Seite des Gruppenführers oder links der Geräteraum 4 und rechts der Geräteraum 2. Fangen wir wieder links oben im Geräteraum 4 an. Hier ist die Schlauchraspel mit dem Schnellangriffsschlauch verbaut. Er wird gerne für die Brandschutz bei Verkehrsunfällen verwendet, daneben wieder einige B-Rollschläuche. Darunter in der schwarzen Plastikbox befindet sich das Zubehör für den Wassersauger, der rechts zentral im Geräteraum 2 verstaut ist. Weiterhin im Geräte Raum 4 ziemlich in der Mitte sind das Mittelschaumrohr und der Zumischer positioniert. Sie werden für den Einsatz von Schaum bei Flüssigkeitsbränden eingesetzt. Etwas weiter rechts die drei zugehörigen gelben Kanister mit dem Schaummittel. Darüber die üblichen Mehrzweckstrahlrohre. Dreimal die Größe C und einmal die Größe B. Der schwarze Griff gehört zum Stützkrümmer für das B-Mehrzweckstrahlrohr. Neben dem Kanister in der silbernen Box ist die Tauchbumpe verstaut. Ganz links unten noch zwei Kabeltrommeln, daneben der Zumisserschlauch und gut versteckt einige Leinen und die Absperrhähne. Im Geräteraum 2 ganz oben schauen die Kupplungen der vier Saugschläuche heraus, die ebenfalls für die Wassereinnahme aus offenen Gewässern benötigt werden. Darunter befindet sich die Auffangmulde. Daneben ist noch ein Stück vom Schwerschaumrohr zu sehen und ganz links das obere Ende des Stativs für das Beleuchtungsmaterial. Direkt darunter sind die zugehörigen Lichtstrahler nur noch am Kühlgerippe erkennbar. Der bereits genannte Wassersauger stützt hier ganz rechts in der roten Tasche den Brandschutzvorhang, der bei Bränden in Wohnungen eingesetzt wird, um den Brandrauch möglichst gut einzugrenzen und somit den Schaden bei Wohnungsbränden zu reduzieren. Und zum Schluss, ganz unten rechts, sind wieder die vier Schlauchtragekörbe zu sehen, dieses Mal allerdings für jeweils zwei B-Schläuche.